jo leute was geht und damit ein herzliches willkommen zurück zur nächsten runde vorne diesmal spielen wir allerdings ein bisschen herrschaft ein bisschen was anderes die letzten mal hatten wir immer duelle deswegen heute mal herrschaft am starr alles klar können wir ein bisschen auf bords rumkloppen ist ja auch mal ganz nice aber erstmal gehen wir auf den helder von hinten und wechselt ja das gibt ein trick in die knöten rein gott auf mich wird eingeprügelt in holen wir uns dann stehen man lauft doch nicht so schnell wir kriegen dich du stirbst definitiv oder baut ab und leute hin verfolgung sagt korrekt junge wie lange wird das spiel durch ok wer ist da kommen wir nehmen mal die zu mir ein gehört mir ganz alleine hallo ich helfe dir mal einfach wie zum bach botz wegnageln aber nicht für lange wohnen wir uns natürlich sofort wieder ich habe probleme ok das war's rache zünden hat richtig was gebracht ja ich bin einfach duelle gewöhnt so ein 1 gegen 1 sobald es ein 2 gegen 1 mit sehe ich ziemlich alt aus obwohl ich meistens auch beim 1 gegen 1 halt auch sehe da bin ich da sind zwei so ne c gehört dir den haben wir keine ausdauer mehr aber gegen den den verfolge ich jetzt aber diesmal nicht nochmal hat ja letztes mal ewigkeiten gedauert versuche ich mal wieder zu beleben hier hallo und willkommen zurück was habe ich getan eigentlich mache ich gerade gar nichts unterstütze mal bei a warte halt noch ein bisschen durch so den haben wir so 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 ich so 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 nein okay das war doch mal ganz gut da habe ich aber glück hier gerade mal ein bisschen heilen und dann geht das weiter ich würde sagen das war ein guter abschnitt zwei geholt und den haben wir müssen hoch ich habe natürlich richtig schön in diesen scheiß nicht rein Wow, was ist das? Ah, schade. Aber das andere Team bricht ein. Vielleicht holen wir die Runde, ja. Mein Gott, ich muss definitiv mehr Herrschaft spielen. Ich bin so scheiße in dem Modus. Ich danke dir. Okay, der hat mich umgeworfen. Mann. Okay, das ist aber noch unser. Und den ersten haben wir exekutiert. Das ist schon mal eine gute Sache, würde ich sagen. Wo ist denn hier noch jemand? Hallo? Jetzt sind sie wieder alle oben, oder was? Gerade, wo ich runtergesprungen bin. Was soll das denn? Okay, jetzt bräuchte ich ein bisschen Hilfe hier vorne. Wo ist mein Team? Okay. Ich würde sagen, ich habe mal richtig gut verteidigt. Wo ist die letzte? Wo ist die letzte? Ich habe noch eine. Genau, die wollte ich. Und da kloppen wir einfach auch nochmal drauf. Und dann ist das unsere Runde. Ja, ist doch mal mega nice. Top Ding, würde ich sagen. 15-3 zum Ende hin. Gut noch was gerissen, würde ich sagen. Und ich hoffe natürlich auch, dass es euch wieder gefallen hat. Und würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss. Register Knot gehen Mann mass